hallo willkommen bei ja nicht spielt ich dachte mir ich probiere es noch mal in der arena habe aber jetzt gesehen dass es anscheinend jedes mal von vorne anfängt das heißt ich bin jetzt wieder bei alaya die ich hier schon geschafft hatte muss ich dann wohl machen daher feite ich einfach mal ich wollte den zweiten machen noch mal probieren den ich nicht geschafft hatte aber hey das soll wohl erst mal nicht sein diesmal kriege ich es ich weiß warum das jetzt mit der heilung so gut klappt aber die ganze zeit nicht so richtig ich stehe es nicht ich weiß muss ich jetzt alle zehn kämpfe am stück durch machen das ist ja anstrengend nicht das hier schmerzstellen das ich will dieses ding hier wegziehen einmal pro kampf leben sie wohl das muss auch ohne gehen jetzt kommt wieder die mit das essen ist schon angerichtet okay so ist neu für mich ja beim letzten mal ziemlich gefehlt was ich kann die teile nur das ist heftig die sind jetzt benutzt und die kann ich nicht noch mal nutzen das heißt ich habe noch zwei von diesen termin als übrig ich dachte wir werden bei jedem kampf neu heftig ich kann meine schoßtiere wochen lang knabbern und du bist auch voll da ja ich könnte mich ja mal waffen lasst mich euch helfen hilf mir ich kann mal lesen was ich so alles habe das ist der hellen moment hey das ist gut ach ja Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Jetzt bin ich jetzt zu Teron gerannt, oder? Teron, gib alles. Ich vertraue dir. Und jetzt werde ich direkt hinspringen. Teron, was tun wir? Ich habe keinen Plan. Was soll ich tun? Das ist weiter zu versuchen. So, rein versuchen. Ich habe Teron mal auf Schaden angestellt. Vielleicht bringt uns das hier weiter. Ich meine, der heilt ja trotzdem. Das habe ich dabei nicht bedacht, dass er... An euch können meine Schoßtiere wochenlang knabbern! ...fernkämpfer ist. Lana, wir haben hier einen Job zu tun. Ich finde das echt total albern, dass man jedes Mal von vorne anfangen muss. So könnte man wenigstens Pause machen, sich sammeln und... Aber zehn Kämpfer am Stück leben nicht. Lana? Bist du bereit? Hm. Gehen mir langsam die Ideen aus. Wird einfach zu schlecht ausgestattet. Kein Plan. Aber ich will jetzt auch nicht meine ganzen Angriffe verschieben. Sonst blicke ich überhaupt nicht mehr durch. Nee. Das ist ja freilich. Aber so bleibt zu wenigstens bei mir und die Aids rennen nicht zu ihr hin. Das ist ja ein Vorteil, ich weiß es nicht. Wir weben die Fäden eures Untergangs! Oh! Mein süßes Schoßtier! Dämlich, jetzt habe ich das total dämlich platziert. Wir weben die Fäden eures Untergangs! Dämlich, ich kann meine Schoßtiere wochenlang knabbern! Oh, leider! Oh, man. Hm. Da-da-da. Heilt das auch Lana nicht? Ich weiß gar nicht. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Verdammt. Danke, danke. Ich hab's geschafft. He? Macht mir irgendwie jetzt hier weg? Ich hab gewonnen. Also weg. Das war aber auch eine schwere Geburt. Ich glaub auch nicht, dass die leichter werden mit der Zeit, die Gegner. Endlich. Sehr schön. Das war Nummer zwei. Na dann, schauen wir uns doch den dritten Mal an. Dafür bekannt, die Stimmung in der Arena im wahrsten Sinne des Wortes anzuheizen. Macht Feuer in der Mitte der Arena? Also, nicht ins Feuer tappen. Jetzt. Los geht's. Und los geht's. Glück. Hallo, das war schwere Arbeit. Uh, das Boga. Ach, ein Ganges, okay. Ich werde keine Respektlosigkeiten dulden. Na, na. Wie war das? Ach, ein Ganges, okay. Oh, was that an Egoo? Ah! No! Euer Leben endet hier. Euer Leben endet hier. Seh ich jetzt gerade nicht, wie das Leben endet. Aber noch nicht. Bestimmt gleich. Blut, blut, blut. Euer Leben endet hier. Das sind ganz schön viele Ads. Ich seh überhaupt nicht mehr. Okay. Das war nix. Das war nix. Habe ich sie Lena genannt? Nein, sie heißt natürlich nicht Lena. Wieso kann ich das Ding nicht verschieben? Hallo. Beherrschung 60 Minuten lang. Angriffswert, blut. Ich will aber heilen nicht. Was ist das? 60 Präsenz braucht kein Mensch. Ausdauer. Sollte ich es mal damit probieren? Okay. Legen Sie wohl. Das hier raus. Das war leer. Und dann tue ich das Schmerzstillende rein. Das kann ich halt nur einmal pro Kampf verwenden. Und das wirkt 60 Minuten lang. Und mein Buff. Ich kümmere mich um euch. Und wieder ans Terminal. Puh. Ja, ich lass Lana auch nochmal auf Heilung. Lana! Fühlt den Biss der Schlange! 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 Ja, Nanu! Wir müssen das schaffen. Wie sieht das denn sonst aus? Lauf, 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 lauf. Stirb nicht. Stirb alles. Tja, du stirbst. Jetzt bin ich schon wieder tot. Da bin ich machtlos. Oh, Melana. Schaff ich das nicht? Benötigen Sie medizinische Hilfe? Leben Sie wohl. Ich könnte versuchen, Lana noch mal umzustellen. Auf eine andere Funktion. Macht jetzt nicht wirklich Sinn, aber... Ein Versuch ist es wert. Ein Versuch ist es wert. Lana? Nimm erst mal einen Moment, wenn du dich komplett heilst. Die kann sie sich jetzt überhaupt nicht mehr heilen. Aber mich kann sie doch heilen, oder? Ich habe echt keine Ahnung, ob die mich als Dank auch ein bisschen heilen kann. Es dauert ja ewig, bis die Heilung voll ist. Das ist natürlich ein teurer Spaß, wenn das jedes Mal weg ist, wenn ich sterbe. Die heilt sich nicht ganz. Ja, ich bin noch hier. Bin nirgends hingegangen. Das ist schön. Ah, okay. Auf geht's. Fühlt die Biss der Schlange. Euer Leben endet hier. Herausforderung gemeistert. Achso. Echst wieder hier. Oh. 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 Hm. Oh. 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 ich finde das ganz schön doof ich will es dann einfach noch mal versuchen das für jetzt erstmal der letzte versuch ich hab lange jetzt wieder umgestellt auf heilung bis der schlange ich weiß gar nicht ob doppelte kämpfe denn auch zählen fraktionspunkte die ich brauche ja ich fürchte auch mein leben endet hier und schlagartig ich halte nicht viel länger durch ja ich auch nicht flucht kämpf weiter wenn ich fort bin ein guter kam jetzt bin ich tot jetzt bin ich tot aber diesmal war es knappe wenn das für irgendwas zählt letzter versuch das macht keinen spaß na na, letzter versuch hieb alles aber wenn ich es auch nicht schl- tief durchatmen ich habe hier zu viel schaden genommen, ich war doch gar nicht drin jetzt habe ich hier zu viel schaden genommen, ich war doch gar nicht drin denn das ist nicht mehr zu viel schaden ich habe keine Hilfe ich weiß nicht ob das Terminal auch für Lena äh Lanna nützt ich weiß nicht ob das Terminal auch für Lena ich weiß nicht, ob das Terminal auch für Lena Ah, dann sieht sich wieder nicht gut aus. Ich auch nicht, Lana, ich auch nicht. Lana ist tot. Jetzt gehe ich aber mal zurück und schaue nach, ob das zählt für die Rufpunkte. Achso, das kann ich hier eigentlich in Gefährtenmenü gucken. Moment. Ist er denn ziemlich weit unten? Ah, zwei, ja ganz toll. Obwohl, das ist ja der Rang. Das sind nicht unbedingt die Punkte, oder? Ich habe keinen Plan, ich gehe mal kurz zu ihm. Und frage ihn einfach selbst. Noch viel länger. Ganz toll. Ganz toll. Ach, auf Stufe 10 doch. Also, bringt überhaupt nichts, die Kämpfe zu wiederholen. Man muss jeden einmal schaffen wohl, nehme ich an. Ja, schade. Da sehe ich irgendwie schwarz. Aber immerhin, einer mehr geschafft. Und daher war es das jetzt erstmal für heute. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.